Sie benötigen den Rat und die Unterstützung eines Experten im Gesellschafts-, Medien- und Unternehmensrecht? Rechtsanwalt Dr. Rolf Aschermann hat sich auf die Beratung in diesen Bereichen spezialisiert. Dr. Aschermann ist seit mehr als 25 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen. Er kennt die Bedürfnisse und Anforderungen von Unternehmen aus langjähriger leitender Tätigkeit. Diese Erfahrungen bringt er auf hohem fachlichem Niveau für die Interessen seiner Mandanten in ganz Deutschland und international ein. Sein Rat und seine unternehmerische Erfahrung sind auch im Aufsichtsrat verschiedener Aktiengesellschaften gefragt. Rechtsanwaltskanzlei Dr. Rolf Aschermann – hier haben umfassende praxisorientierte Beratung und persönlicher Einsatz höchste Priorität.